Hallo meine Hundefreunde, bei einem heutigen neuen Video, bei einem XXR Haul. Hier oben kommt übrigens Werbung hin, ist aber alles selbst bezahlt. So wie ihr über den Kauen hört, ist Lecky auch ein Rinder-Leberstreifen gegeben, dass er ein bisschen entspannt ist, ein bisschen das zum Kauen hat und ja. Ich habe bei vier Orten bestellt, ich weiß, dass ich es am Anfang, wo ich noch etwas habe. Nämlich bei einem Shop in der Schweiz, habe ich etwas gesehen, die haben Sonderfarben von Anne X. Anne X hat auch eine neue Sonderfarbe ausgebucht, das Petrol ist noch unterwegs. Bitte ist es, sie kriegt es noch und dann schickt sie es mir. Und jetzt ein violettes, endlich mal, ich wollte schon mal ein violettes. So hat Lecky eins. Immerhin hat die Größe M und ja, habe ich auch das bestellt. Dann bei einem anderen Shop, da habe ich aber ein Video dazu gemacht, wo Lecky sie testet. Lecky kauft auch eines davon, ich hoffe ihr hört nicht den Radio, es tut mir leid, aber Lecky ist ein bisschen nervös, wenn das Radio eben nicht läuft. Beziehungsweise, wenn im Hintergrund nichts läuft, keine Musik, kein sonst was. Und den Fernseher wollte ich nicht einschalten. Dann habe ich bei der Firma Fusum, habe ich ja ein Testvideo gemacht. Da habe ich ja Sachen getestet und da habe ich nochmal bestellt, weil diese Produkte sind ja noch sehr gut angekommen. Ich habe auch ein paar neue Sachen dazu gekauft, wo ich das nicht testen durfte, also das getestet habe. Und jetzt erstmal, da habe ich zwei Packungen Totenhals. Da habe ich, wie ihr seht, schon eins gegeben. Die hat am Anfang, ich habe nicht gewusst, was mit dem anfangen, hat die mit dem gespielt, aber es hat dabei keinen Artikel, eigentlich immer. Und die hat aber danach gefressen, hat vertragen, hat keine Probleme gehabt, also perfekt. Da habe ich hier, die sind riesig, ich habe es mal an. Das sind eben die Rinderleberstreifen, wo ich eins gegeben habe. Ich habe mir gedacht, die sind ja sehr leicht. Das ist ja, was ich jetzt gehabt habe, ist so groß gewesen, so groß gewesen, also von hier bis hier. Und das war tatsächlich nur 44 Gramm. Ich werde es so machen, also einfach einen Teil des Fleisches, der Innereien, Schweigesiräki, der Innereien in Fütter werden, roh. Und einen Teil gebe ich jetzt so in den Lebensstreifen oder in Herzform. Getrocknet einfach. Ja, ne, ich gehe auf die Seite. Jojo. Aber ich möchte jetzt schmusen. Weiss nicht, was ich hier mache, weil ich eben hier sitze und nicht im Wohnzimmer. Aber hier sind es einfacher, weil die Sachen gerade hier sind. Dann habe ich hier, äh, Rinderherz, das durfte ich ja testen. Also er durfte es testen, nicht ich. Ähm, da. Dann habe ich hier mal etwas Neues, so kleine Kekze. Oh, ich habe hier ein paar testiert. Oh, egal. Oh, was sieht's? Sitz. Sitz. Jo. Ähm, die Lammkudanis, die kleine Lammstücke, wie die Pferde lecker ist, habe ich jetzt einfach noch Lamm geholt. Und Pferd habe ich auch. Zwei Lamm und zwei Pferd. Haben wir jetzt auch erzählt. Das war der Einkauf bei Fumosu. Also, ich werde übrigens unten einfach mal den, äh, Namen der Produkte reintun, beziehungsweise der, ähm, ja, ich werde hinschreiben, bei welchem Shop ich bestellt habe, was ich dort bestellt habe. Jo. Oh. Jo. Er ist ganz verschmust. Er ist ganz verschmust. Geil. Jo. Jo. Er ist ganz verschmust, wenn er es gekaut hat. Ja. Drei Reinen. Bestellt von Anne X. Einmal Petrol und Grau. Ich hoffe, ihr seht das gut. Einmal, ähm, ich werde voll nehmen. Aber hier ein bisschen Chaos. Typisch. Jo. 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 Das ist auch alles miteinander. Einfach schwarz-rot. Schwarz-rot. Und zum letzten, blau-schwarz. So. So. Immer schwarz. Hier habe ich bei einem Shop, ich bin die einen ideal. Sie sind extrem riesig. Extrem gross. Das Petrol ist ein bisschen dicker als die anderen. Bitte. Mal testen, wer das besser ist. Zum Wandern vor allem. Dann habe ich bei einem Shop, meincom, heisst er, habe ich, ich habe ja auch mal bei einem Messe, bei der Hundemesse in der Schweiz, habe ich auch so Würste gekauft, von Freistens Lust. Ich liebe diese Teile, wirklich, er liebt sie. Und da habe ich mir ganz viele bestellt. Und, sorry. Einmal edels Rotwild. Das sind alles 800 Gramm. Ich weiß nicht, dass es anders ist, werde ich sagen. Ich habe noch eine 400 Gramm Zige, die habe ich aber schon angefangen und die habe ich jetzt nicht hier. Aber hier ist Rotwild. Da habe ich, äh, jetzt kommen alle, wo ich zwei habe. Also, wo ich jetzt sage, habe ich alle zweimal. Einmal Lachs. Leider ist auch Rind drin, aber zum Glück vertragend lege ich ja Rind, also, ist nicht zu schlimm. Ich finde das nur ein bisschen, ja, lege ich mir in den Ball. Den Ball, den kaputten Fussball. Ähm, dann habe ich hier noch zweimal Pferd. Und dann habe ich Wildkaninchen, auch zweimal. Auch 800 Gramm. Ähm, dann habe ich hier, äh, Lamm. Noch zweimal. Die Event. Und, so gut, letztens, Bauernente. Von Preis her gehen sie noch. Ich glaube, wenn ich eigentlich alle frisst, die meisten kennt ihr ja schon. Ich hoffe noch zwei. Äh, wenn ihr sie frisst und verträgt, nehme ich, wenn ich noch einmal in Urlaub gehe, nehme ich habe es diese mit. Weil die hat es viel lieber als die letztes Mal. Da habe ich hier so keine, äh, Stich, Schnittfest, nicht Stich. Schnittfeste Trainingswurst aus Büffel. Ähm, die nehme ich dann mal, ich weiss nicht, von was, ehrlich gesagt. Weil, äh, es muss irgendjemand sein, der super braucht. Ich glaube, wir können es für den Trick halten. Weil da hat der Leke ein bisschen Probleme. Er weiss zwar, was er machen muss. Aber vielleicht ist es ein bisschen besserer Anreiz als kein gewesen. Man weiss das schon. Ja, sagen wir alle? Ja. Ja, ja. Das war es mit dem Video. Danke mich fürs Zuschauen. Und danke fürs, ähm, abonnieren. Und ist ja kostenlos. Und einen Daumen hoch, wenn wir uns freuen. Und bei Instagram und Facebook sind wir sehr aktiv. Dort lässt ihr mehr von Lakeys Tagesplan. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Weil es da regnet. Und wir nicht großartig was machen können. Und, ähm, ja. Aber sonst, seht ihr dort, also liste dort viel mehr von unseren Aktivitäten. Und legt ins Training, was es dort einfacher ist. Ich müsste hier ein ständiges Vlogs machen. Das ist irgendwie, ja. Ein bisschen mühselig dann. Aber ja. Ähm. Ich freue mich fürs Zuschauen. Und tschüss zusammen.